Wir sind hier vor Ort bei der blauen Nacht in Nürnberg. Das diesjährige Thema heißt Wahrheiten und wir zeigen euch jetzt, was wir heute schon erlebt haben. Und wie findest du denn heute die blaue Nacht? Also ich komme jetzt nicht von Nürnberg, aber ich muss echt sagen, ich find sie mega geil, weil ich weiß nicht, hier das Flair so mit den ganzen blauen Lichtern und so, die Leute einfach mega cool. Überall kannst du feiern, was wollen wir mehr? Also wir waren bei der Lichtershow und ja, da wurden verschiedene Bilder gezeigt und es waren sehr schöne dabei. Wir haben sich auch so gewandelt. Also da hat sich zum Beispiel eine Graffe in so Wälder verwandelt. Also ich fand besonders schön natürlich die Oldtimer Rallye, wo man mitfahren konnte und auch das Eis war sehr lecker. Und da hat sich auch so gewandelt. Das waren die Impressionen der Blauen Nacht 2016. Uns hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen und ja, danke fürs Zuschauen.